Wer schlechte Nachrichten berichtet, der soll auch gute Nachrichten verbreiten. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ab sofort die Quarantäne im FGD-Post vom Gesundheitsamt Wesel wieder aufgehoben wurde. Alle Mitarbeiter und alle Bewohner sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das heißt, dass Besuche für unsere Bewohner wieder stattfinden dürfen. Mein Dank geht an unsere Mitarbeiter, die sehr besonnen und sehr professionell mit der herausfordernden Situation umgegangen sind. Durch die Quarantäne sind wir wieder daran erinnert worden, wie verletzlich wir doch sind. In den nächsten Tagen feiern wir Weihnachten und machen uns Gedanken über Geschenke. Gerade während der Quarantäne haben wir festgestellt, dass gemeinsame Zeit das wertvollste Geschenk ist. Deshalb lassen Sie sich impfen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und verbleiben mit freundlichem Gruß. Das war wants'm, was das heißt, dass wir uns nicht mehr Tempel gerätten, was wir strömmen, was wir tun.